Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirat, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 41. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder mal so ein, ich glaube mal, ganz spannenden Thema. Das Thema oder der Titel der heutigen Sendung Berufliche Neuorientierung Berufliche Veränderung Also, ich glaube mal, ein Thema, das ganz, ganz viele, wenn nicht sogar uns alle betrifft. Wie Sie am Anfang schon mitgekriegt haben, es hat sich zuerst ein anderes Lied ein bisschen hereingeschlichen, bis wir da zum Brian Adams gekommen sind mit Straight from the Heart. Ja, es ist eine Live-Sendung. Das heißt, Sie haben heute wieder die Möglichkeit, dass Sie hier im Studio anrufen und mitdiskutieren, Fragen stellen. Bitte scheuen Sie sich nicht, rufen Sie an, die Telefonnummer hier im Studio 0512 56 02 91 11. Ich wiederhole es nochmal für Sie. 0512 56 02 91 11. Dann landen Sie hier im Studio und können Sie mitdiskutieren. Ja, wenn Sie wollen, bitte gerne. Ja, mein heutiger Studiogast hier bei mir in der Sendekabine, Peter Recheis, Jungunternehmer. Ja, Peter, fein, dass du da bist. Hallo, Markus, danke für die Einladung. Super. Peter, bevor wir genau auf deine Person jetzt kommen, was hat es mit dem ersten Lied auf sich, wo du gesagt hast, mit dem Lied könnte man anfangen? Ich verbinde mit Brian Adams ganz viel mit meiner Frau. Letztes Jahr auf einem Konzert gewesen, auf einem Live-Konzert von dem November bei uns in Innsbruck und war ein sehr tolles Konzert. Es war ein 30 Jahre Jubiläum von Brian Adams und hat sehr gut gefallen uns beiden und mich verbindet das ganz toll an sie. Ja, es freut mich sehr, weil Brian Adams zum Beispiel auch bei meiner Beziehung spielt Brian Adams ganz, ganz eine, ja, eine, ich weiß jetzt nicht, ob man sagt, urige Rolle, weil es ein bisschen weiter zurück ist, aber da war auch so das erste Kennenlernen oder halt das erste Ausgehen von meiner Frau bei einem Brian Adams Konzert, aber schon länger zurück. Ja, den gibt es schon länger im Brian Adams. Genau, genau. Ja, meine Damen und Herren, damit Sie sich wieder ein bisschen ein Bild machen können, ein Bild vom heutigen Studiogast, damit Sie ein bisschen eine Ahnung haben, wer hier da im Studio sitzt und bis wir dann richtig da an so ein Thema kommen, möchte ich wieder heute mit dem existenziellen Steckbrief eröffnen. Peter, was fällt dir denn ein, so geboren? Was möchtest du denn da sagen? Ja, ich habe heute ja mein 30er gehabt, 85 geboren im April und ja, bin jetzt 30 Jahre alt und habe endlich, würde ich mal sagen, den Fuß gefunden, also wo ich hinsteigen will in meinem Leben und ja, habe jetzt gut gestartet und mit 30 Jahren sollte man ja langsam wissen, was man will, aber es hat bei mir auch lange gedauert, aber ich bin jetzt auf dem richtigen Weg und ja. Da ist die Frage, ob man mit 30 wissen sollte, wohin man will, manche finden es halt später aussage, also von dem her. Stimmt auch, stimmt auch, man kriegt es halt immer auftragen, du, jetzt bist 20, jetzt bist du 25 und was willst. Und bei mir hat es jetzt so lange gedauert und ich bin froh, dass es jetzt so lange gedauert hat und ich jetzt meinen Weg gehe. Ja, aber das heißt, diese Personen, die was das beauftragen, die sind jetzt ein bisschen, die lassen die jetzt in Ruhe, oder? Von denen her gar nicht mehr. Ah, okay, ja gut. Nein, also man muss halt immer prinzipiell was beweisen, das was funktioniert und dann hat man seine Ruhe, wie es ausschaut, ja. Ja, ja, und ich denke mir, das Beweisen ist die Frage, hört das mit 30 auf, für manche geht es weiter, ja. Okay, aha, also 30 Jahre. Also mit 30 Jahre dann, wie wird das, Udo Jürgens hat es ein bisschen später gesagt, da fängt das Leben an, oder? Es waren zweimal 30 oder so, nein, zweimal 30 und 66. 66 Jahre, genau. Ja, und ich glaube, der hat davor schon gelebt. Ah, okay, ja. Ja, Peter, aufgewachsen, was fällt dir denn da ein? Aufgewachsen, also ich bin, oder ich habe eine relativ freie, ich sage mal freie Kindheit gehabt, vielleicht zu frei, wo ich im Nachhinein denke, du, ein bisschen einen Weg weiss oder mehr einen Weg weiss von meinen Eltern her, war wahrscheinlich nicht schlecht gewesen, aber ich habe, wie gesagt, eine feine Kindheit gehabt und mir ist nichts abgegangen. Und, ja, man ist halt sein eigener Schmied, man muss halt echt wissen selber, was man tut und, ja, bin froh, dass ich meinen Freiraum gehabt habe und meine Eltern mich so lassen habe, dass ich aber ein bisschen wildere Zeiten gehabt habe und wieder ruhigere Zeiten und ein paar viel Party gemacht früher und hat alles so gepasst, wie es ist, ja. Ja, ich denke mal, es wird dann auch schwierig sein, oder, so auf der einen Seite Freiheit und zu viel Grenzen, oder, ich denke mal, so in diesem Kontinuum drinnen, so, du hast es so erlebt, für die werden also mehr Grenzen, mehr ein bisschen so beschränkt sein, oder, so ein bisschen Richtung vorgeben, wäre für die jetzt nachträglich gesehen feiner gewesen, ja? Wäre feiner, ja, zum Tatsing, dazu mal bestimmt nicht, aber jetzt im Standpunkt jetzt aus, würde ich sagen, wäre, also, gebt es euren Kindern ein bisschen einen Weg und nicht zu viel Freiraum, also, tut es sich nicht schaden, dass man ein bisschen gleich die Gleise findet, wo man hin will und, oder wo man hin sollt, und, ja. Ja, das heißt, da braucht man das Kind ein bisschen am Weg weise, oder wie? Absolut, bestimmt, also, man sieht ja, man, oft hat man vielleicht einmal falsche Kollegen oder falschen Freundeskreis, wo man vielleicht da entzogen wird, wo man nicht hinkehrt und, und doch dann, wenn es vom Elternhaus her ein bisschen strenger zugeht, dass man halt den anderen Weg weist kriegt, aber es ist sicher, beides nicht schlecht und, und wenn man seinen Fuß nochmal fasst nachher, hat das alles eine Richtigkeit. Ja, und ganz interessant, wie du sagst, dann, so diese verschiedenen Bewertungs-, ja, fast so Bewertungsebenen, wenn du von heute drauf sagst, kannst du das so sagen, oder, mit diesen 30 Lebensjahren, oder, sag ich einmal. Wenn du da zumal, wie du gesagt hast, wenn man dich da gefragt hätte, hätte ich gesagt, na bitte, ja, nicht mehr, ja, nicht mehr Beschränkung von der Freiheit, oder? Absolut, absolut, also, ich wollte, ich habe mein freies Dasein genossen, und bin dann auch in der Zeit auch draufgekommen, was wichtiger ist, aber von mir selber aus, habe da niemanden gebraucht gehabt, und, und, also, bin auch für die Freiheit auch, was war, sehr dankbar, dass es so passiert ist, und wer weiß, wo ich sonst hinkommen bin, wenn, wenn mehr Druck vielleicht von daheim gewesen ist, aber Freiheit soll schon da sein, und es muss ja nicht immer das Richtige sein, was man gesagt kriegt, was man tun soll. Okay, okay. Aha, das ist ja auch spannend. Das heißt, oft, wenn ich das richtig verstehe, oder? Oftmals, also, wenn ich was gesagt kriege, dann entscheide ich, ich kriege was gesagt, als ich kriege nichts gesagt. Also, es braucht nicht nur das Richtige sein, aber Hauptsache, ich kriege was gesagt, oder? Zum Nachdenken bestimmt kein Fehler, also, wenn man, wenn man nachdenken tut, und, und nicht gleich den Weg einschlägt, was, was leicht, und, und das mache ich jetzt, und das geht jetzt einfach, ist es bestimmt kein Fehler. Betavision, das ist dann weitergegangen, so, 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 so quasi, ja, nach der Kindheit, ja, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man jetzt so sagen, so praktisch Freiheit ist so das, was du ganz viel mit deiner Kindheit verbindest, oder? Wo du sagst, ein bisschen beschränkt sein, oder mehr Regeln wären feiner gewesen, aber von der Kindheit bis heute, wo du jetzt da sitzt, was wären da noch, so, unter Anführungszeichen, wichtige Punkte, Stationen? Ja, bei mir ist halt so gewesen, dass ich im Prinzip eigentlich schon mit 16 meine jetzige Frau gehabt habe, und, und dann halt ist halt der Führerschein gekommen, und man hat halt mehr mit den Autos zu tun gehabt, und was halt natürlich eine Beziehung nicht so toll schade, äh, so toll tut. Gut, und, ähm, mei, also es ist so wichtig, dass man jemanden hat, der anhaltet, der beisteht, und, äh, ja. Also in Beziehung war, war ganz, ganz, wenn man sich so die Biografie anschaut, die Beziehung, die ist ganz ein wichtiger Teil. Absolut, ganz, ganz wichtig, ja. Auch jetzt, also ohne, ohne einen tollen Rückgrat geht nix. Ja, ja. Und, und, ja. Und rein berufstechnisch hast du ja dann irgendwann einmal, äh, hast du eine Lehre gemacht, oder? Ich hab die Maurerlehre gemacht, ähm, war, natürlich damals war ich, ich war 15, und, äh, die, meine Wahl war halt gleich arbeiten, Geld verdienen, und, äh, durch das, dass mein, mein Bruder auf dem Bauer arbeitet, auch immer noch, bin ich da reingerutscht und, und sofort halt Geld verdient, und, und, ja. Und dann wollte ich schon am liebsten nach zwei Monaten wieder schmeißen, aber, äh, ich hab's durchgebissen, und, und, ja, bin halt dann nach die drei Jahre in, direkt in den Einzelhandel gegangen, und, wo ich mit Kunden zu tun hab, und einfach im Kundendienst, und, wo ich sehr froh bin, dass ich das gemacht hab, ja. Mhm. 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 Also Maurerlehre, dann Einzelhandel, und, jetzt hast du eigentlich den Einzelhandel verlassen, oder? Oder, 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 oder nicht? Ja, im Prinzip nicht ganz, also, ich, ich, man muss sagen, ich hab auch zwischendrin einen Außendienst gehabt, dann die letzten, die vorletzten Stationen eigentlich, also zu der jetzt hingesehen, war Autoverkäufer, und, äh, ja, bin eigentlich, ich muss einfach nur mit Leuten zu tun haben, ich muss im Kundendienst sein, ich muss, äh, Leute glücklich machen, wenn's möglich ist, äh, ja, das ist meine, meine, meine Kraft, oder das gibt mir Kraft für das Ganze, und, und, ähm, ja, man hört da immer viel Feedback von den Leuten her, äh, man kann sich da ausheben zu anderen, zu anderen Kundendienstlern, und, und, ähm, Verkäufern, und das macht, pusht an, auf, und, 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 gerade heute ein cooles Erlebnis gehabt, äh, man muss dazu sagen, also, ich bin noch zwei Nachmittage beim Arzt da angestellt, ähm, auf geringfügiger Basis, und, und verkauft da ein bisschen Autos, gerade heute hat jemand gesagt, ein Fremder ist halt bei mir gehackt, äh, sag nach einer halben Stunde, du, alleinig wegen dir, würde ich das Auto da kaufen, das ist sehr, sehr toll, und, und, wenn man hört, du, äh, rundum sein, viele Autohäuser, und, und man hört wirklich nicht immer Gottes von den Leuten, was da im, im Kundendienst hat, und nachher macht das dann stark, und man will noch mehr, und, ja. Genau. Meine Damen und Herren, es gibt natürlich, klar, noch ganz viele andere Marken, andere, andere Autohäuser, also, von, von, von dem her, ja, aber es passt jetzt auch gut, dass wir diese Marke neben anderen, neben vielen anderen Marken einfach auch genannt haben, aber war jetzt einfach so, klar, weil du jetzt in diesem, in diesem Bereich einfach auch arbeitest. Genau. Ja, Peter, und neben dieser Arbeit, ähm, das ist, spartisch, weil du sagst, kringfügig, Angestellten-Tätigkeit, ja, bist du aber auch noch selbstständig? Ganz genau, also seit heuer, Mai, äh, habe ich es endlich durchgebracht, ähm, von meiner Family her, von meiner Verwandtschaft her, das durchgeboxt, dass ich es ihnen mal beweisen dürfte, kann, und, äh, ja, bin seit Mai selbstständig auf dem Weg mit dem Lebensmittelhandel, und, äh, muss sagen, es wird immer cooler und toller und bin absolut froh, dass ich den Weg gegangen bin. Mhm, mhm, mhm. Okay. Spannend. Peter, zum Abschluss von dem existenziellen Stechbrief, frage ich mir so die Leute, was sie gern machen. Jetzt, ist das bei dir jetzt voll und ganz so, zur Zeit jetzt diese neue Tätigkeit von dir, oder, oder was würdest du denn da sagen? Was machst du gern? Ich bin gern ein freier Mensch, ich tue gern Mai-Sache und nicht vorgegebenen Sachen, so wie man so oft im, 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 im Verkauf, äh, oder bei Schulungen lernt, das gehört so gemacht, das gehört so gemacht, dann würden die alle nochmal verkaufen. Also irgendwas funktioniert ja nicht ganz, also unbedingt meinen eigenen Weg gehen, und, ähm, frei sein, einfach ein freier Mensch und mehr Zeit mit der Family. Ganz, ganz wichtig. Also freier Mensch, mehr Zeit mit der Family. Okay, also, da hört man sowas raus, also Freiheit hast du auch erhalten, als einen ganz wichtigen Wert in deinem Leben. Absolut, absolut. Ja? Das Ganze kann man als Angestellter, ähm, ich meine, es hat seine negativen, oder nicht nur positiven, sondern negativen Dingen im, im, im Selbstständigen, aber als Angestellter auch, also man ist da acht, neun Stunden da, man muss den Job erledigen, äh, ob, ob es funktioniert oder nicht da, und, ähm, ja, das Freisein ist einfach etwas, was, was mir mehr Lebenslust gibt, und, und, ja, und, und, es hat dann irrsinnig Knicks getan bei mir, seitdem ich jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bin, und der Knicks hat es sehr gut getan, und, und, und ich mag es alle Tage noch mehr. Ja, ja, meine Damen und Herren, bevor wir mehr auf diesen Knicks dann eingehen, beziehungsweise, ja, alles, was damit verbunden ist, Peter, was passt an der Stelle für ein Lied? Ja, ich würde jetzt sagen, ähm, heuer war ja ein ganz spannendes Jahr, ähm, im Mai die Selbstständigkeit, im April noch davor standesamtlich geheiratet, und im Juli die kirchliche Trauung, und ich würde sagen, John Legend mit All of May, das war unser Hochzeitslied. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf Freirat, 105,9, im Stadtgebiet Innsbruck und auf anderen Frequenzen Tirolweit. Ja, so regelmäßige Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es, ja, vielleicht auch an die, aber auch an die anderen. Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, dann bitte gehen Sie auf www.sinn-los.at slash sinn-los, da finden Sie mehr Informationen zur heutigen Sendung und Informationen zur vergangenen und zukünftigen Sendung. Sie können sich da gerne auch für ein Newsletter eintragen, dann kriegen Sie immer wieder Informationen, sei es vielleicht noch ausführlichere Situationen, das habe ich geplant dann zu der letzten Sendung, aber wie gesagt auch immer den Verweis, was kommt denn als nächstes. Ja, Sie können auch die Sendungen auf verschiedenen Plattformen nachhören, YouTube, iTunes oder CBA-Datenbank, aber da finden Sie auch die entsprechenden Links dann auf dieser Internetseite. Heute ganz ein spannendes Thema, heute das Thema berufliche Veränderung, Neuorientierung. Peter Recher ist ein Jungunternehmer, ist hier zu Gast bei mir in der Sendung und ja, wir haben so vor, in den nächsten, ja, der nächsten halben Stunde noch so genauer zu beleuchten, einfach, was heißt denn das? Was heißt auch ganz speziell in der heutigen Zeit, Jungunternehmer zu sein? Was stellen sich da uns für Fragen? Mit was sind wir als Jungunternehmer oder als geplante Jungunternehmer vielleicht dann konfrontiert? In Vorbereitung auf diese Sendung hat mir heute Nachmittag auch hierzu Herr Kurt Seipel ein Interview gegeben. Kurt Seipel ist ein langjähriger Arbeits- und Wirtschaftspsychologe, ist auch im Leitungsteam des Bundesverbandes der österreichischen Psychologen, hier in Tirol, hat da eben auch diese Sektion der Arbeitspsychologie inne und Herr Seipel hat, glaube ich, da ganz was Interessantes dazu zu sagen, so aus einem, ja, aus einem langjährigen, sag ich mal so, Erfahrungs-Background. Und das möchte ich jetzt gerne einspielen und dass wir uns dann danach, ja, vielleicht auf das aufbauend, dann den, ja, den Themen einfach auch widmen, was da drinnen steckt. Ja, also Sie, Sie hören, meine Damen und Herren, ein äußerst komplexes Thema. Ja, das wissen Sie spätestens dann, wenn Sie entweder selbstständig sind oder wenn Sie sich ja mit diesen Gedanken ein bisschen so, ja, so auseinandergesetzt haben, wenn Sie diesen Gedanken so längere Zeit schon haben und sich vielleicht denken, okay, aber wie mache ich denn das Ganze? Jetzt würde mich interessieren, Peter, wie lange war denn das bei dir? War das so eine Heroku-Entscheidung? Zack, so, bist du in der Früh aufgestanden und sagst, ja, und morgen bin ich selbstständig? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß es noch ganz, ganz genau. Das war im Jahr 2011. Da war ich in einer Firma angestellt und da ist eine Zeit lang, alle Tage jemand gekommen mit der guten Jausen, zur gleichen Zeit. Für ihn zur falschen Zeit, was da dem Geschäftsführer nicht gepasst hat, weil da die Leute leider vom Arbeiten abgehalten worden sind. Ab da weg habe ich mir gedacht, Wahnsinn, der, ich muss gerade auch so sagen, der Hundling, der kommt da her, die Leute wissen das und die Leute passen und warten auf ihn, bis sie was zum Essen kriegen. Und das nicht einmal so günstig war das bei ihm, das Essen. Und trotzdem hat es funktioniert. Ab da weg dann, da sind mein Kopf ein paar Sachen mal dumm gespielt oder verfolgt bis ins Jahr 2012. Da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, in der Firma, wo ich angestellt war, in den Außendienst zu wechseln. Habe ich ja dann gemacht oder auch die Chance gekriegt dafür. Bin nach einem Jahr draufgekommen, dass das wirklich ein Wahnsinn ist, was da gemacht worden ist, auch mit mir. Da ist ein bisschen mehr schiefgegangen. Und die Verantwortung, was man da auch gehabt hat, ist gigantisch gewesen. Und bin dann von dem Sektor weg in einen anderen gewechselt. Bin aber noch bei Autos geblieben. Und habe ab da weg eigentlich ab 2011 immer den Gedanken gehabt, mich zu verändern, selber was zu machen oder einfach einen Beruf zu finden, wo ich Fuß fassen kann und wo ich lebe, wo ich einfach aufblühe. Interessant, wenn du sagst, der Samen ein bisschen so 2011 hineingepflanzt, wow, hey, so wie du selber sagst, der Hundling. Ganz genau. Und dann dieser Weg, oder? Du hast die heuer selbstständig gemacht oder letztes Jahr? Nein, das ist heuer passiert alles. Also vier Jahre? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt in den vier Jahren auch was anderes probiert, habe mir was anderes anzuschauen. Also ich wollte in einen sozialen Beruf wechseln. Habe mir ein paar Schnuppertage oder Schnuppertage gemacht bei einem gewissen Verein. Und da ist das Problem gewesen, ich war wirklich dabei geblieben, die Ausbildung und das Finanzielle. Wir selber, also wir haben eine kleine Family oder zwei Kinder haben wir und da spielt halt doch auch das Geld eine Rolle und wie es halt immer überall ist, leider. Und so ist eigentlich der, ich sage jetzt mal Job-Fantasy oder Job eigentlich, Traumjob weiß ich leider nicht, ob er es waren wäre. Macht habe ihn leider nicht, aber die Schnuppertage waren toll, waren wirklich cool. Und ja, dann eigentlich, also ich bin geschäbt, entweder jetzt was richtig, eine neue Ausbildung oder habe immer eigentlich im Kopf gehabt, selber was. Aber doch auch das Finanzielle, das Wagen ist und ja. Ich glaube, deswegen passt dir das Thema auch so ganz gut heute. Also berufliche Veränderung, Neuorientierung und ich würde mal sagen, das ist ja die Realität, was du jetzt einfach auch so ganz klar einbringst. Also, dass Leute zum Beispiel in der heutigen Zeit eine Ausbildung machen in einem Job und da drinnen bleiben bis zur Pension, wenn wir uns da Studien anschauen, ist vermutlich eher die Ausnahme. Wenn wir uns, ja, wie gesagt, eine Studie zum Beispiel aus dem, ja, ich schätze mal so 2000er, bis ich gesagt, ein bisschen danach, die verweist auf das zum Beispiel, dass 80 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse dauern weniger als ein Jahr. Andere Studie findet man unter Statista aus dem Jahr 2015, also ganz aktuelle zum Beispiel, die hat so einen Vergleich gemacht zwischen den verschiedenen europäischen Ländern, auch Deutschland, und da steht drinnen, 66 Prozent beziehungsweise 60 Prozent wechseln irgendwo zwischen ein bis fünf Mal den Job im Laufe von ihrem Berufsleben. Also das heißt, Veränderungen, immer wieder, ja, umorientieren, was Neues, auch Weiterbildungen, das gehört jetzt, sage ich einmal, in der Realität einfach zum Leben dazu. So dieses Stetige, das immer Gleichbleibende, war früher einmal, ja, aber ich glaube, jetzt sind wir genau in der Zeit, wo einfach Veränderung da ist, ja, und wo wir einfach lernen müssen, wo wir wollen oder nicht mit diesen Veränderungen umzugehen. Ganz genau. Also ich, 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 ich jetzt mit 30, also ich bin die Generation, da mit 85 geboren, ich, wie, ich, ich stelle mir das so vor, wie, wie war sie das mit, mit 12, 13, 14, hey, was, was mache ich jetzt? Ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt mit, was ich, was für ein alter Studieren angefangen hätte, dazu mal in der Jugend, wäre das jetzt das Falsche. Die Einschränkung, was ich jetzt habe, habe ich dazu mal bestimmt nicht gehabt, und ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn es heißt, eins bis fünf Mal, finde ich absolut nicht schlimm im ganzen Leben. Wenn das der Schnitt ist, ist es, glaube ich, aus meiner Sicht her oder aus meinem, aus meinem Leben her, was ich, aus meinem Repertoire, was ich jetzt bis jetzt mitgekriegt habe, ist das ein toller Schnitt. Was hat denn dir dann geholfen? So, weil du hast ja doch ein paar Stationen drinnen gehabt, zuerst Maurer, oder? Maurer hast du gesagt, ganz viel, Bruder ist in diesem Bereich tätig gewesen, okay, der verdient Geld, ich will Geld verdienen, mache ich das Gleiche, der ist gut mit zu fahren gekommen, mache ich das, oder? Bin ich dir richtig verstanden? Ganz genau, ganz genau. Und dann von Maurer diesen Sprung dann ins Dienstleistung oder in... Einzelhandel. Einzelhandel, ja. Wie ist der gegangen? Wie der gegangen ist, also, das weiß ich auch noch ganz genau. Also nach... Ich habe mich beim Wi-Fi informiert, ob ich für die Gesellenprüfung, ob ich antreten kann. Also ich habe D&D Zeit gemacht, ich habe die Schule gemacht, ich habe, was ich, den Lehrberhof gemacht und mir ist da gesagt worden, ich könnte ab sofort die Lehrabschlussprüfung machen und so ist dann bei mir schon blink, blink irgendwie im Kopf aufgegangen, ah, okay, jetzt verändere ich mich komplett. und habe natürlich auch überlegt, was will ich machen, was kann ich machen, was kann ich und bin dann auch, muss ich sagen, irgendwie wiederum durch einen Kollegen in die Branche eine gerutscht, muss ich eigentlich dazu sagen. Und da hat es mir sogar gefallen, da bin ich jetzt nachher mal sechs, sieben Jahr geblieben bei dem Job und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und das Gefallen, so wie du davor gesagt hast, so dieses, da ist ein Mensch da, mit dem setze ich mich auseinander, da ist Begegnung, oder? Ganz genau und immer eine andere Problematik zu lösen, jetzt in der Branche, wo ich war, hat es immer irrsinnig viele Thematiken gegeben, wo wir helfen können, also sei es im Zubehör von den Teilen oder anderen Dingen. Es hat irgendwie immer eine Lösung gegeben und Lösungen sind da, um gelöst zu werden und die Aufgaben gefallen mir. Und mir taugt es einfach, wenn ich sehe, bei uns ist alles einfach verdammt teuer, die Wohnungen, die Löhne sind relativ knapp, noch hast du ein Auto, was bleibt da über, und in der Möglichkeit auch den Job, was ich jetzt ausführe, oder meine Selbstständigkeit, da habe ich die Möglichkeit, mit Preisen zu spielen. Und ich habe bis jetzt immer noch verdammt Gottes Feedback gekriegt, dass die Preise wirklich angenehm sein und kulant sein, und so auch den Menschen irgendwie halbwegs günstige Jausen, eine gute Jausen zur Verfügung stellen kann. Peter, an der Stelle, was würde denn da jetzt für ein Lied passen? Ich würde sagen, jetzt brauchen wir was bei Pix. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Ja, meine Damen und Herren, in der heutigen 41. Sendung geht es um das Thema Neuorientierung, Veränderung im beruflichen Kontext. Peter Recheis, Jungunternehmer, spricht mit mir über dieses Thema, und ein Stückchen weiter davor, wenn Sie nachhören, haben wir gerade Kurt Seipel eingeblendet gehabt, einen Arbeitspsychologen, was sich viel mit diesem Feld einfach auch beschäftigt, und er hat da auf Fähigkeiten hingewiesen, was einfach in der heutigen Zeit, aber ich denke mir, auch in der Zukunft, oder in den vergangenen Zeiten, Jungunternehmer einfach haben müssen, haben müssen, oder mit denen Sie einfach konfrontiert sind, oder mit Anforderungen von außen. Er hat so etwas gesagt wie Lernfähigkeit, Kreativität, Unsicherheit, da hat er von einer Ambiguitätstoleranz, wenn ich es richtig rausbringe, gesprochen, dann eben Belastbarkeit. Peter, was sagst du denn dazu? Ist das so? Absolut, also ich bin ganz seiner Meinung. Belastbarkeit ist man das im normalen Alltag nicht auch, also im beruflichen, angestellten Leben muss man das nicht auch sein, und lernfähig ist ja jeder, der will, und Kreativität, man muss sich schon natürlich von den anderen abheben, oder was anderes bringen, und sich auch mit seiner Art, wie er auch gesagt habe hat, dass der Charakter selber oder sicher natürlich auch sehr wichtig ist, um bei den Kunden anzukommen, und entweder hat man es, oder man hat es nicht, und ich glaube, verstellen kann man seinen Charakter nicht auf Dauer, und ja. Interessant, wenn du sagst, so Belastung hat man nicht immer, da gibt es schon ein paar Studien, zum Beispiel, Lang von Wins, das wäre jetzt mal ein Autor, der hat ganz viel in dem Bereich geforscht und untersucht, und der hat einmal so herausgefunden, dass gerade neu, ja, wenn Leute neu einen Bereich gründen, oder, sich selbstständig machen, dass die 13,58 Projekte gleichzeitig machen. Wieder auf die 1,58 kommt, ist klar, das ist die ganze Statistik, oder, da gibt es Mittelwerte und so, aber von dem her klingt es interessant, ein 13,58, das heißt, der geht davon aus, wie Anmeldung, Finanzamt, Wirtschaftskammer, Finanzierung, Lieferanten, Dienstleister, also so viele Sachen, was ich alle irgendwo gleichzeitig im Blick haben muss, dass ich mich dann selbstständig da mache, ja, und auch während der selbstständigen Tätigkeit dann, ist es so, bist du mit, mit vielen Sachen immer gleichzeitig konfrontiert, ist das aus deiner beruflichen Praxis heraus nachvollziehbar? Also man, man kriegt da irrsinnige Hürden, oder ich sage, man hat Hürden zu bewältigen, aber mit einer starken Kraft hinter sich, wie gesagt, also ein erfolgreicher Mann hat eine erfolgreiche Frau hinter sich, oder eine, die, was da sehr stark dahinter ist, habe ich zum Glück und ich glaube, allein schaffe ich das nicht, allein ich schon die Bürokratien von den Steuern her, auf was du achten musst und was da auf dich zukommt, wenn du nicht jemanden hast und das Geld nicht für Steuerberater hast und was ich was für Rechtsexperten, dann sehe ich bei mir auch schwarz, also, oder hätte ich schwarz gesehen, hätte ich mich gar nicht getraut wahrscheinlich. Ja, also deine Frau ist ja in diesem Bereich tätig, oder? Von daher ist da eine Expertin bei der Hand. eine Expertin nacheim, jawohl. Ah ja, schön, schön. Ja, weil dieser Lang von Wins verweist dann zum Beispiel auch drauf, dass Untersuchungen gibt, die darauf hinweisen, dass 40% der Neuunternehmer nach der Gründung von diesen Unternehmen, was sie praktisch da ins Leben rufen, Burnout-ähnliche Symptome haben. Und diese Burnout-ähnlichen Symptome, dass dann nicht wirklich eine, dass dann sich wirklich im klinischen Bereich dann wirklich Burnout entwickelt, aber so dieses Ausgebrannt-Sein, dann geht einem die Kraft aus, dann ist so eine Müdigkeit da, weil eben gerade in dieser Beginnphase, sage ich mal, von dieser, ja, von dem inneren neuen Bereich so sich anzusiedeln, so viel auf einen zukommt, was man vielleicht am Anfang so nicht durchblickt. Du hast das am Anfang, hast du das alles gewusst, was da auf dich zukommt? Jein, also ich habe sehr, sehr viel, durch das, dass meine Frau, wie der vorhin schon gesagt, eine relativ Expertin ist in der Hinsicht, viel mich schon zu texten, sage ich jetzt mal, du, schau, das kommt, das kommt, das passiert, das und das passiert, also ich habe mich, soll sich eigentlich jeder, jeder junge Unternehmer vorbereiten, eigentlich, man kann eine Rechtsberatung holen, kostenlose, Wo holt man die? Bei der Wirtschaftskammer Österreich kostenlos, man kriegt mehrere Termine und da kann man schon mal anfangen, du, hey, was kommt auf mich zu und wenn man das schon am Anfang beim Starten nicht zu 100% weiß oder sage ich mal am Bruchteil, okay, das kommt aus, da kommt man drauf, dann hat man schon fast verloren. Sehr, sehr wichtig, dass man sich auskennt, dass man weiß, was auf einen zukommt und finanziell und du, Also das würdest jeden raten, oder? Zum Beispiel diese Gratisberatung zuerst einmal in Anspruch zu nehmen, oder? Mal zu schauen, sich zu erkundigen? Unbedingt, unbedingt, also das ist um und auf und die sind auch sehr, sehr freundlich, die Leute auch sehr, sehr unterstützen, sehr und sagen, du, mach das so, mach das so, absolut erforderlich, sage ich. Okay, was waren dann die nächsten Schritte, so von der konkreten Durchführung, gibt es da auch noch was, wo du sagst, unabhängig von deinem Projekt jetzt, das hat dir dann auch noch weitergeholfen, weil auf der einen Seite Wirtschaftskammer, auf der anderen Seite deine Frau, ja, gibt es noch was, wo du sagst, ja, das könnte auch jemanden, der was sich in einer ähnlichen Lage befindet, zum Beispiel auch noch mal sagen, hey, das war gut. Das um und auf würde ich auch sagen, was sehr wichtig ist, nicht einfach von null, du, heute haben wir Freitag, am Montag fahre ich jetzt los und schaue, was passiert, sondern, es ist nicht so, also, ich habe mich schon vor dem Mai, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe, wie man so schön sagt, Bedauwserhebungen oder auch mit Leuten gesprochen, in der Branche, wo ich auch tätig war und durch die ganzen Feedbacks und durch das mir auch den Stoß dann geben, du, jetzt starte ich das, jetzt mache ich das, es ist möglich, also unbedingt schauen, ob das, was man vermarkten will, Hand und Fuß hat, angehüpft und, und ich muss sagen, die ersten paar Wochen, wenn ich denke, oh mein Gott, was mache ich, jetzt auch geben kann ich sowieso nicht, dann bin ich da, so und so, und habe zum Glück durchgebissen und das ist dann relativ schon nach einem Monat, eineinhalb Monat, man denkt, man kann aufbauen, es funktioniert und dahinter bleiben, ja, also unbedingt dahinter bleiben und, ja, nicht aufgeben, gleich. Ja, spannend, spannend, was das alles, was das dann alles unweigerlich mit anmacht, so wie du ja sagst, so die eigene Identität hängt dran, oder, so das im sozialen Kontext, wie sehen wir die anderen, ja, wie möchte ich sehen werden von den anderen, darf ich aufgeben, ja, also, da spielt ganz viel eine Rolle. Und das drückt auch, man hat das im Hinterkopf und man will, vielleicht ist das nicht ganz so, das wahre, wenn man sagt, hey, ich muss was erreichen, weil das und das und das, kann gut sein, muss aber nicht, aber mir hat es geholfen, also, ja, absolut. Ja, ich denke mir da, ganz, ganz individuell, oder, also, du in deiner Biografie, in dem, was du einfach auch erlebt hast, deswegen finde ich das total gut, wenn du sagst, ja, dir hat es geholfen, ja, vielleicht der anderen, für das wäre jetzt zu viel Druck, für den, der wird aussteigen, für den ist irgendwas anders, ja, also von dem her ganz spannend, ja, und ich glaube, genau um das, um das geht es ja auch da, also, mir ist wichtig, so bei dieser Sendung, dass einfach, Hörer, Hörerinnen, gewisse Lebenskonzepte einfach auch mitkriegen und einfach schauen und überlegen können, wie ist denn bei mir, ist da gleich, ist es anders, ja, habe ich Ähnlichkeit da, oder, ja, würde ich sagen, nein, stimme überhaupt nicht mit überein, also, meine Damen und Herren, Sie können sich immer noch, wenn Sie wollen, einmischen, wir haben nicht mehr lang, wir haben noch, ja, knappe 10 Minuten, wobei, dann, ein bisschen davor, wenn wir aufhören, weil die nächste Sendung dann eine Live-Sendung ist, noch können Sie anrufen, 0512 56 0211 11 und, können gern noch eine Frage stellen, 0512 56 0211 11, Sie können auch, ja, eine Wortmeldung einfach, zur Sendung sagen, also, bitte, auf alle Fälle, rufen Sie an, ja, Ja, Peter, jetzt am Ende der Sendung, war zu den letzten Minuten. Du hast zwar jetzt eh schon ganz, ganz viel gesagt, was du den Leuten mitgeben möchtest. Was war noch offen? Was war noch, wo du sagst, hey, das war mir noch ganz, ganz wichtig? Oder haben wir jetzt eigentlich eh über alle wichtigen Bereiche schon geredet? Was sehr, sehr wichtig ist, wo ich draufgekommen bin und auch wirklich finde, das ist, wie heißt es immer, wir haben noch ein Leben, warum jeden Tag plagen, einschlafen mit den Gedanken, du, jetzt muss ich morgen aufstehen und wieder da runter und das und das machen, das ist aber nicht mein Ding. Man hat, so wie es mir gegangen ist, ich habe, ich habe, wie es relativ schlecht gegangen, muss ich sagen, in der Hinsicht, dass ich, ich habe mich verändern müssen und immer dachte, ich lebe jetzt einmal und möchte das tun, was ich will und nicht für das verantwortlich sein, aber im Endeffekt profitiert da jemand anderer davon. Das ist nicht Sinn und Zweck von unserem Leben und unser Leben muss toll sein und jeder soll sein Ziel verfolgen, unbedingt und was aus dem Machen, was er vorhat und was er im Kopf hat, was ihm brennt und nicht aufgeben, unbedingt. Also man lebt nur einmal und das Leben soll schön sein. Na schön, 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 das waren ja eigentlich ganz, ganz schöne Abschlussworte. Meine Damen und Herren, die heutige Sendung, wie gesagt, können Sie gerne nachhören www.sinn-los.at-sinn-los oder ganz live können Sie es ja auch nochmal nachhören am zweiten Montag dieses Monats, also das war jetzt der übernächste, also nicht der nächste Montag, sondern noch am Montag drauf, da von 10 bis 11 Uhr. Da hören Sie dann die Sendung noch einmal mit der Musik. Sie wissen, bei den verschiedenen Plattformen wird es dann ohne Musik sein, weil einfach Copyright-Thematiken einfach dagegen sprechen, dass da Musik ausgestrahlt wird von mir, weil ich einfach die Rechte nicht habe. Die nächste Sendung wird sein am 5.11., Donnerstag, 5.11. Dann wird bei mir zu Gast im Studio sein Claudia Labeck. Claudia Labeck ist Lehrerin in der Freien Waldorfschule Innsbruck und wir werden dann das Thema haben, seelische Qualitäten in der Pädagogik. Ich glaube, ich glaube, ich würde auch eine ganz spannende Sendung werden. Peter, du hast ja mal gesagt, du möchtest gerne am Ende der Sendung noch ein paar Leute grüßen. Möchte ich gerne jetzt Gelegenheit noch geben. Danke, Markus. Also ich grüße ganz, ganz fest meine Family, was jetzt auch zuhocht, hoffentlich, immer noch. Und mich recht herzlich bedanken für alles, wie sie mich unterstützen und mich hoffentlich weiter unterstützen werden. Und natürlich meine Freunde auch. Was spielen wir zum Schluss? Sam Smith mit Stay With Me und am Schluss vielleicht noch Sisi Top mit Sharp-Dressed Man. Danke. Schau mal, wie ich das da finde. Wir haben so viele Lieder da. Jetzt habe ich es. Genau.